So, ich mache jetzt den Runner. Da laufe ich jetzt auf die gefährliche Seite. Aber ich muss hier irgendwie ein Loop kommen. Ich mache immer wieder ein paar Haken in meinen Schritt, um nicht irgendwie Scharfschützenopfer zu werden. Ah, toll, toll, toll. Bis jetzt noch nicht mal in den Schuss gehört. Zombie kann mich mal, werde ich hier eh schnell wieder los. Ich hoffe, das passt mit der Lautstärke von dem Mikrofon. Oh, Zombie ist weg. Oh, da ist ein Zell. Und hoffentlich so ausdrücken. Oh, wieso kann ich das jetzt nicht luchen? So weit weg, oder was? Ach, scheiße. Wow. Ähm. Jetzt muss ich da nochmal reingucken. Ist da auch Munition dafür? Nein. Jetzt liegt hier eine hammergeile Sniper. Aber ohne Munition. Scheiße. Ich nehme mal die Wasserflasche. Sonst ist da nur Dreck drin. Mal ganz ehrlich, eine Sniper ohne Munition. Das bringt mir jetzt auch nichts. Darum lasse ich die da jetzt mal drin. Das ist jetzt immer noch nicht beschlossen worden. So. Ähm. Ja. Gehe ich in den Hangar? Würde schon sagen, ne? Warte, komm ich jetzt nicht so easy an hier wegen dem scheiß Zündchen. Versuchen wir's von links. So, jetzt können wir auch hin. Und immer wieder den Zickzack machen. Schau mal, ob ich nicht wieder in hier bin. Ach du Scheiße. Was ist bis dahinten? Wenn ich nichts Gutes, weil ich kann hier nicht looten jetzt. Toll, ne M4. Ich will ne M4. Ich könnte jetzt nicht nehmen. Zu gefährlich. Ach, Zombie. Ah, geht durch. Ah, fast. Was sind wir alle los? Was ist das? Oh mein Gott! Trink Weiß nicht wieviel ich hab, ich fress jetzt mal ein Steak einfach Leute, das ist so ein Magazin für diese Snipern, ne? Nehmen wir es mal mit Okay, ich mach's jetzt so, wenn ich noch ein Munitionsding für diese, äh, ein Magazin, für die finde Dann hol ich sie Aber mit 10 Schuss Würde ich meine 5 Magazin, äh, beladene AK nicht auffangen Also für ein Magazin So, werfen wir noch mal einen kleinen Blick Zombie, 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 Zombie 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 Nix Zombie Nichts 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 Würde, 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 Würde Ähm, oh, Zombie Zumindest auf Anhieb kann ich jetzt keine Kennen Wäre es schonmal schön, wenn das tatsächlich so bleiben würde Wäre es schonmal schön, wenn das tatsächlich so bleiben würde Okay Okay Zum Bistum Und ich geh Nix bestimmt reichlich zählte Essen Oah, scheiß Zombies Ich erschreck mich hier zu Tode Ich komm' mich da nicht durch Da ist das Zombie Schnell mal hier rein schauen Oh Gott, bitte tötet mich nicht, bitte dich, bitte dich, bitte dich. Bitte nicht töten. Hier ist ein Schrott drin. M41 CCU. Oh yeah. Dürfe ich die nicht nehmen, oder was? Leute, die muss schallgedämpfte Munition haben. Das ist kacke. Okay, dann will ich meine Arke essen wieder. Scheiße. Okay, sonst gibt es hier nichts. Ah, dann schnell weg, bevor ich sterbe. Wie man das so nahe hier in der Baracke machen kann. Achso, hier spawnt ja doch, hier spawnt auch was. Okay. Ah, nichts. Ich stehe hier ganz gefährlich vor den Fenstern, ich weiß. Aber wer nicht so hat, der nicht gewinnt. Bandage, ne noch nicht. Ein DMR-Magazin, ne. Halt, Moment. Kann man nicht DMR in irgendwas splitten? 4x M24, okay. Hilft uns nichts. M9. Position. Shotgun. Ein AKM, ein DMR. Einmal Schmerztöter. Hm. Alles nicht wirklich so, äh, rauschend. Äh, ich laufe in die falsche Richtung. Total desorientiert. So, das Zelt haben wir uns gerade angeschaut. Okay. Da liegen Motor-Teile. Lot. Will erst wissen, ob ich hier sicher bin. Schauen, was wir hier so finden, wenn wir hier was finden, wenn wir hier was überleben. So. Nummer 1. Okay. Ich hole mir die Sniper. Dann schenken wir euch ein Bloodbag. Nehmen wir euch euer Essen weg. Ja, komm, was soll's. Dann check ich die hier meine AKS. Das Morphin nehmen wir noch mit. So. Nächstes. Hier ist nur Stannack, DMR, Tralala. Engine Parts. Okay, hier sind so Auto-Utensilien drin. Teilweise. Beeil dich, tut Bob. Nichts Interessantes. Und hier. 5, 4, 1. Oh, wie viel Stannachs die hier haben. Leck mich fett. Und dann. Wieder zurück zum Absender. Nein, ich hole mir jetzt einen Sniper. Wenn ich denn da nochmal hinkomme. So, das war ja das, nicht das Zelt hier irgendwo, sondern das war das mitten im Wald, glaube ich. Hinter den Hangars noch. Da muss ich jetzt ein Stückchen laufen. Wozu Hubschrauberabstützstellen, wenn es Spielerzeite gibt. So, da hinten kommt der Wald. Und da ist dann hoffentlich auch das Zelt. Oder ich habe mich wieder total falsch orientiert. Aber ich glaube, das muss sie hier kommen. Ich bin mir ausnahmsweise mal fast sicher. Da ist es nicht. Scheiße. Bitte, bitte, bitte. Das muss jetzt hier irgendwo kommen. Natürlich kommt das hier. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. So, jetzt mal schnell. Hammergeil. Und in Sicherheit gehen. Hammergeil, die kann man sogar zero. ja das freut mich dann habe ich einen guten tausch gemacht so sagen schauen wir noch mal hier kurz ob die hier irgendwie zelte oder hübscher zumindest nicht auf die schnelle da hinten war schon ein schwein und kein spieler sagt einfach ja klicken uns der baum gefällt mir gut die first person wäre jetzt schlauer schauen wir mal ob wir was sehen aber ich kann jetzt nichts feststellen es wäre jetzt auch zu einfach und hier jetzt schon spieler um tänzeln würde okay dann halt nicht aber das ist auch eine super stelle um sich auszulocken finde ich diesen kleinen hübschen baum vielen dank fürs zuschauen ich hoffe die lautstärke gepasst und bis zum nächsten mal bei daisy wir singen und bis zum nächsten mal bei daisy und bis zum nächsten mal bei daisy